Okay, jetzt dürfte Ayla alles frutti, tutti, frutti sein. Danke für den Blubstrahl. Bewegung klingt gut. Oh ey, ich saß gerade eineinhalb Stunden im Auto. Boah, das knackt. Oh ne, guck mir, mir kommt es auch gar nicht damit klar. So, okay, jetzt ist doch schon besser. Ich brauche jetzt Entspannung und ihr müsst damit durch oder so. Nur wenn ihr möchtet, es wird keiner gezwungen. Also, Sticky Business. Wir haben es komplett durchgespielt. Ich glaube, kurz nachdem es rauskam, ist es auch schon komplett bei YouTube hochgeladen auf meinem Account. Allerdings sind die Entwickler aktiv und dachten sich so, ha ha ha, du hattest 100 Prozent. Jetzt nicht mehr. Es gibt irgendwie ein paar neue Steam Achievements, die, glaube ich, alle, also ich habe da ganz kurz reingeguckt, waren alle mit Geschichte beenden. Also, auch wieder, wir kennen das Spiel eigentlich schon, die meisten von euch zumindest. Dass wir neue Geschichten von unseren Kunden hören können, was ich sehr schön finde. Außerdem ist der erste DLC rausgekommen, der Plan With Me heißt. Und ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Es geht irgendwie so um halt Planner, so Bullet Journal mäßig, I guess. Egal, wir schauen es uns an. Ich habe keine Ahnung, ob ich ein neues Spiel machen muss. Deswegen machen wir unseren Shop erst mal weiter, I guess. Und wir gucken jetzt einfach erst mal. Das sind die Sticker im Lighthouse Space. Oh mein Gott, wie viele freie Plätze haben wir denn freigeschaltet? Da war ich aber ganz schön faul. Nur gut. Genau, aber irgendwo konnte man die Achievements einsehen. Also, beziehungsweise halt die Nachrichten der Leute. Aha, ja, da sind neue gekommen. Ach, schön. Okay, doch, das finde ich sehr nice. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Aufgabe. Und der Stern hier wuppelt so schön. Oh, ho, ho, ho. So, es ist die schönste Zeit des Jahres und wir feiern sie mit einem festlichen Kalender. Schau jeden Tag vorbei, um neue Sticker zu sammeln. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Das fällt mir jetzt nach Weihnachten auf. Okay, das war mir nicht klar. Aber auch voll süßes Overlay hat sich ein bisschen geändert. Hier unten ist ein Tee, da oben ist eine Weihnachtsblume. Heißen die so? Keine Ahnung. Süß. Gibt es neue Upgrades? Ähm, mussten wir nicht alle? Ich glaube, wir mussten alle freischalten. Es gibt endlich einen Pinguin. Oh mein Gott. Also hier haben wir 41 von 47. Ja, ist ein neuer dazu gekommen. Schön. Sind da jetzt aber extra Pläne? Oh, wie schön. Washi-Tape. Und Post-its, Rahmen, Zahlen. Oh, ich liebe alles. Oh, Tage. Oh, ich liebe alles daran. Oh mein Gott. Ich bin ein riesiger Bullet Journal Fan für Leute, die es noch nicht wissen. Ich glaube, ich mache es seit sechs, sieben, sechs, sechs Jahren, glaube ich, aktiv. Ähm, und generell Journaling, sehr, sehr toll. Und hier sind ja so schöne Sachen dazu gekommen. Da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal ins Spiel reinzugucken. Definitiv. Dann schalten wir direkt mal. Ich muss hier direkt jetzt mal hier... Äh... Okay, egal. Pinguin. I need... Ähm... Mein Lieblings-Tier ist neben Katzen sind Pinguine. Äh... I love... I love them so much. So, und ein paar Sachen hatten wir so einfach so neu bekommen vom Spiel, habe ich, glaube ich, gerade gesehen. Das kam mir jetzt aber alles bekannt vor. Den haben wir auf jeden Fall neu. Ich liebe Eis-Schlittschuh-Laufen. Ah, und die haben wir alle schon. Oha... Oha! Oha! I like this. Hm. Sieht nicht so schön aus, wie ich dachte. Hier waren doch Formen. Ja, genau. Ha, das sieht doch schon viel besser aus. No, ich habe das Spiel schon ein bisschen vermisst. Also ich bin sehr froh, dass die Entwickler noch weiter daran arbeiten. Auch wenn ich es ein bisschen doof finde, meine 100% nicht mehr zu haben, aber trotzdem, ähm, dem Spiel sah ich jemanden verziehen. Oh, den Entwicklern. No. Okay, I like this. I need this in my life. Benenne diesen Sticker. Pingu. Oh, du. Oder so. Glitzernde Herzen. Oh mein Gott, yes. Oh Gott, oh, ich habe diese Entspanung sowas von gebraucht. Dann packen wir mal ein paar, äh, Bestellungen. Falls wir noch genug Sticker davon haben. Das Spiel ist ernsthaft schon wieder hängen geblieben. Sag mal. Bei mir ist es hängen geblieben. In OBS könnt ihr es weiterhin, ähm, sehen. Kann ich es auch benutzen? Ja. Ich. Nur mein Spiel ist halt hängen geblieben. Okay, was machen wir denn da? Task Manager öffnen. Immer, immer eine gute Lösung. So. Wo sind die D&D-Würfel? Da. Wie viel willst du? Einen? Nur einen? Nur ein Eis? Nee. Zwei von denen und ein Eis. Wie konnte ich mich denn so vergucken? Naja, egal. Dann der hübsche Vegansticker. Und. Och ja. Ich habe das Spiel vermisst. Und. Ich mag. Ich mag die Sticker, die ich gemacht habe. Immer noch. Ach so. Ach Quatsch. Der sagt, wie viel noch rein muss. Hm. Mimmi. Wir. Also es ist schon jetzt eine Weile her. Das Spiel ist schon eine Weile draußen. Wir waren jetzt eine Weile nicht mehr drin. Ich danke für euer Verständnis. Und ich dachte mir halt so zum Jahresabschluss wollte ich halt gern mit euch noch in ein paar Spiele reingucken, die uns dieses Jahr begleitet haben. Und da hat sich Sticky Business halt sehr angeboten jetzt mit dem neuen DLC. Die anderen Spiele, die ich die Tage mit euch gucken möchte, sind Call of the Land und Cat Café Manager. Cat Café Manager waren immerhin so nett und haben keine neuen Achievements dazu gemacht, sondern nur neuen Content. Aber ich wollte trotzdem mal gern wieder mit euch reinschauen. Ich bin schon wieder eingeblieben. Und Call of the Land, irgendwie zwei DLCs jetzt neu dazu gekommen. Also wir hatten da auch die 100% mit Betonung auf hatten. Das haben wir jetzt auch nicht mehr. Von daher, da lohnt es es auf jeden Fall. Das werden wir auch in einem Stream vermutlich nicht schaffen. Auch jetzt Sticky Business weiß ich nicht, wie weit wir heute kommen. Aber ich wollte trotzdem gerne zum Jahresabschluss einfach mit euch ein bisschen Spiele-Revue passieren lassen, die uns dieses und oder letztes Jahr begleitet haben. Ja, ich war mir so sicher, dass wir Call of the Land dieses Jahr gespielt haben. Musste mich aber dann von Steam vom Gegenteil überzeugen lassen. Wir haben es letztes Jahr im Dezember gespielt. Also vor einem Jahr, aber es ist noch nicht ein Jahr her. Ach, von vor einem Jahr, aber nicht in diesem Jahr, so, das wollte ich sagen. Aber fand ich jetzt trotzdem nicht tragisch, weil ich werde so oder so spielen. Aber ich fand trotzdem, dass es zum Jahresabschluss passt. Hallo, ich wollte nicht, dass du dich drehst. Was soll denn das? So, alle Bestellungen für heute. Wenigstens mal ein Spiel gepackt. Äh, Jiri, ich bin immer... Du bist immer noch hier. Warum? Warum? Was machen sie hier? Oh, ich habe ja sogar noch Geld. Also, Geld in Anführungszeichen. Ich habe noch Geld, aber ich habe auch noch, ähm, Herzchen. Kann ich dir irgendwie helfen, Jiri? Ah, hier sind auch noch neue Farben dazugekommen. Keine Energie aufzustehen. Oh Gott, ich fühle das so sehr. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Oh, weihnachtlicher Kram. Äh, hässlichen Glückwunsch. Glückwunschst du deinem ersten Glitzerpapier? Damit kannst du jetzt neue Sticker kreieren, die schimmern und glänzen. Aber denk dran, neue Sticker mit demselben Papier können auf demselben Blatt gedrückt werden. Äh, das ist eine sehr alte Info, I guess. Aber okay, nehme ich an. Äh, ja, Jiri, ich drücke dich ganz doll. Wann hatte ich das letztens wieder? Ich glaube am Montag. Einfach, einfach nicht geschafft aufzustehen. Ist aber auch schwer. Oh, die haben ja sogar... Oha. Wie süß. Einfach Christbaumkugeln. Und die haben es mir jetzt angetan. Ach du Heilige. Ich kaufe euch den Laden leer und bitte das Leben kommt immer zu. I need this. Und ein pinker Textmuckel. Oh mein Gott, und Lolis. Ich liebe, ich liebe dieses Spiel so sehr. Oh Gott. Äh. Oh, der, das Emote war mit Weihnachtsmütze in deinem Stream. Das sieht so lustig aus. Nach meinem Mut an Weihnachten. Ja, fühle ich. Fühle ich sehr doll. Ach so, ich sollte den Sticker, den ich neu gemacht habe, vielleicht auch drucken, ne? Äh, das mag ich aber auch sehr, sehr daran. Tja, wenn ich jetzt wüsste, mit was ich den Pinguin gemacht habe. Ah ja. Ja, wenn ich duschen muss und keine Kraft dafür habe, überlege ich meistens, wann es denn noch gehen würde. Ah! Was? Ah, okay. Oh Gott. Jetzt habe ich mich aber selber erschreckt. Ich habe was umgeworfen unterm Schreibtisch. Und dachte, es wäre hinter mir passiert. Ah. Moment, ich muss mal kurz abtauchen. So. Äh. Muss es noch vor 22 Uhr machen? Will sauber sein, wenn man vor einem Auto kommt. Ja, okay. Aber dann muss das ja auch nicht unbedingt jetzt sein. Ich würde mir dann, ähm, so 20 Uhr als, als Uhrzeit nehmen. Ich bin zwar dann die ganze Zeit gestresst, ja, aber kann trotzdem in der Zeit ein bisschen Energie sammeln. Meistens hilft mir das schon. So, jetzt haben wir den Tag gut, gut genutzt gestalten können wir nicht mehr. Also ab ins Bett. Außerdem könnt ihr jetzt Sticker bei mir bestellen, wenn ihr möchtet. Mit wie ging das nochmal? Äh, Ausrufszeichen Order in den Chat und dann Zahlen noch dazu. Füge die Nummer deiner gewünschten Sticker ein. Also, 10, 11, 14. Gib dann einmal den 10., einmal den 11., einmal den 14. Und 14, 14, 14, 14 wäre dreimal der 14. Doch, ich stehe jetzt auf. Ich schreibe das jetzt im Stehen. Ich versuche das jetzt. Okay, sehr gut. Dann, äh, ganz viel Kraft und Erfolg. Und ich glaube an dich, dass du das schaffst, Siri. Ja, Chess, Stick abstellen. Ach, ich habe so viele Sticker, dass die nicht von anderen gezeigt werden, alle U. Dann muss ich vielleicht ein paar nochmal aus dem Sortiment nehmen. Sehr nice. Dankeschön, Chess, für deine Bestellung. So. Dann gucken wir mal, was kann ich denn hier verschmerzen, wenn es nicht mehr da wäre. Ich habe sehr viele Dinos. Ah, ich glaube, ich habe versucht, den Dino-Jungen zu attracten. Dabei ging es gar nicht um ihn. Ich erinnere mich. Mimi ist ein Cutie. Selber, Exu. Einmal bitte in den Spiegel gucken. Oh, die Pilze gefallen mir richtig gut. Willst du den Sticker selbst in der Begegnung wirklich löschen? Du kannst diesen Sticker dann nicht mehr verwenden. Ich will ihn nur... Ungelistet. Ja, Dankeschön. Der hier habe ich auch nur wegen dem... Habe ich den erst auch schon gelöscht? Ja, ich habe den auch schon gelöscht. Okay, aber der mit dem Rennauto war mir eh nicht so wichtig. So, ich wollte es unlistend machen. Ah, den hier können wir aber auch löschen. Dip, 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 dip. Danke für die Rubine, Exu. Und ich habe gerade gemerkt, dass Titz keinen Ton hat. Und das fixen wir Titz rekt. Ne, der hat nicht funktioniert. Echt, I tried. Man kann nicht aus allem ein Wortspiel machen. So schade es auch ist. So. Jetzt müsste Titz wieder Geräusche haben. Sehr schön. So, an ein paar von denen habe ich mich tatsächlich satt gesehen. Da wird es jetzt ein bisschen Zeit für neue, würde ich sagen. Ich weiß nicht mehr, welche Folgen es hat, wenn man die unlistet. Aber wir werden es merken. Ne, den finde ich zu toll. Okay. Reicht erst mal. Hatte ich nicht eben zwei Bestellungen noch offen? Oh Gott, weil ich die aus dem Shop genommen habe und die wollten davon was. Ach, okay. Na gut. Egal. Kriegen neue Kunden. Warte, ihr wollt noch einen. Ah, davon kriegst du ganz viel. Äh, mir geht es jetzt von mir nicht. Oh. Twitch, wo Erhöhung von Stream-Serie. Oder bin ich bei 12? Ich glaube, letztes Mal warst du bei 12. hast du geschrieben, dachte ich. Aber heute ist auch, ist auch komplett weirder, komischer Tag. Aber sowas sollte schon funktionieren. Sollte schon funktionieren. Sonst wird es, sonst wird es los. So, Jess hat seine Bestellung bekommen. Spiel ist es nicht schon ernst. Ganz ruhig, Mimi. Alles okay. Das interessiert uns überhaupt nicht, dass sie später noch hängen bleibt. Breites Washi-Tap. Sehr gut. Twitch braucht immer ein bisschen. Ja, das Gefühl hatte ich auch tatsächlich. Der Post-It ist toll. Ich liebe Polaroid-Rahmen so sehr. Oh, diese Clips mag ich ja auch brutal doll. Süß. Montag, Dienstag, Montag, Weihnachten. Weiter, Weihnachten, Sonntag. Ja, dafür brauchen wir jetzt. April, Mai, Juni, Juni, August, September. Oktober, November, Dezember. Erstmal holen. Auch wenn ich die überhaupt nicht weiß, ob ich die brauche. Wofür ich sie benutzen möchte. Ich möchte sie haben. Aber auch wirklich süß. An echt alles gedacht. So ein Grundheits-Tracker. Habit-Tracker mag ich auch sehr, sehr. Oh, das Amazing ist voll schön. Reading, Watching, Listening. Vision Boards, auch sehr toll. Goals. Ich will diese Sticker haben und sie in mein Bullet Journal kleben. So toll finde ich sie. Oh mein Gott. Wirklich ein schönes Update. Das hier sieht ja eher nach... Weiß nicht. Nicht so gut gelungen. Oh, jetzt habe ich überhaupt fast kein Geld mehr hier. Ich war schon ein bisschen traurig, dass wir das im Dezember nicht so richtig... Also so weihnachtlich nicht so richtig gespielt haben. Die haben mich ja echt voll Mühe gegeben. Keiner sagt mir Bescheid. Oh, das ist leider schön. Halloween wusste ich auch nicht, dass die da hier Updates haben, hatten. Sehr spannend, dass es an mir vorbeiging. Äh, Exo ist wieder raus, was? Bin mit meiner Mutter unterwegs im Kult. Wollte nur kurz vorbeischauen. Alles klar, Exo. Denke, dass du da warst. Oh, die Fledermausflügel sind sehr süß. Oh, der Geist ist sehr süß. Nein! Ja, Geld habe ich. Ich muss, ähm... Dingens verdienen. Ich muss die Herzen meiner Kunden verdienen, um mir mehr leisten zu können. Oh, eine Bon-Boar-Farbe. Ach, die kosten auch Herzen. Verdammt. Aber hier, hier kann ich mir austodeln. Hab ja noch ein bisschen Geld. Aber ich sollte auch noch Geld zum Drucken übrig lassen. Okay, okay. Ähm, ja. Gut, der Tag war nicht so... Nicht so erfolgreich, aber egal. Nächste wird besser. Wenn ihr möchtet, könnt ihr Sticker bestellen. Ich vergesse meistens, bei welchen Leuten ich dieses Streak hatte. Ähm, das ist ein bisschen unpraktisch. Aber ich konsumiere auch nicht so regelmäßig. Immer nur so alle paar Tage, wenn ich kann. Ja! Oh, Jess hat sein Budget überschritten. Oh. Ah ja, weil du ja nur 19... Äh, 29, ähm... Ach, die haben... Die haben das endlich geupdatet. Jetzt steht hier endlich dabei, was das bedeutet. Dieser Frosch mit dem... Ich glaube, sehr viele Leute waren verwirrt davon. Du kannst ausgeben, 29. Und jetzt schreiben sie sogar zu, wenn es überschritten wurde. Ja, pfü, genau. Sowas aber auch. Oh mein Gott, ja! Da sind Leute und Bestellungen. Oh, schön. Die... Penguin habe ich gedruckt. Ja. Okay, sehr schön. Tim! Tim the Pen. Hey, deine Sticker sind lit. Machst du die selber? Ich werde dir auf meinen nächsten Brief an meinen Brieffreund in Indien kleben. Ich bin übrigens Schüler und aus England. Also werden deine Stickers um die halbe Welt reisen. Mega, oder? Ja! I like this. Ich finde es auch okay, dass du fast alle meine Pinguin-Sticker direkt aufbrauchst. Ich komme total gut damit klar. Hä? Mega, mega nice. Jetzt weiß ich aber natürlich nicht mehr, welche jetzt noch gelistet sind und welche nicht, ne? Also... Schwierig. Ich glaube, der hier ist nicht mehr gelistet. Oh. Dann kriegt ihr noch drei riesengroße Extra-Sticker. Wie war das mit den Extra-Stickern? Hier kann ich bis zu einem gewissen Prozentsatz noch Extra-Sticker dazugeben. Genau, und ab dann zählt er nicht mehr. Ich erinnere mich. Uh, uh. Mit der extra schönes Papier. Und was wollte ich noch? Ich wollte noch irgendwas. Ah ja. Ah ja. Mmh. Okay. Oh Gott, dieser Ring-Käferl habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wie süß ist das denn? Du kriegst... Naja, okay. Das hier zählt ja jetzt nicht. Ich muss dir leider wieder ein paar Sticker wegnehmen. Das tut mir sehr leid. Dann kriegst du noch ein Kästchen. Dann kriegst du noch ein Kästchen. So, und jetzt noch extra Sticker. So. Und tschüss, Tim. Viel Spaß damit. Und Scherz hat bestellt. Tim. 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 Kannst du auch extra haben? Kriegst du. Kriegst du. Der ist, glaube ich, weg. Der ist weg. Okay. So. Sehr hübsche Stellung, die ich finde. Hallo, Kalia. Einen wundervollen, schönen Abend. Schön, dass du da bist. Hallo. Äh, ich weiß nicht, ob du mit dem Stickers, ob du auf irgendwas von Sticky Business wolltest. Aber das sind die Stream-Sticker, die man auf meinen Stream drauf stickern kann, wenn man möchte. So. Du bist einfach nur irgendjemand. Ist auch okay. Ist auch okay, wenn einfach nur irgendjemand was in meinem Shop stellt. Ja. Ein Mimis-Geschenke-Sticker. Dankeschön. Dankeschön, Jess. Genau, von diesen Stickern rede ich. Wie geht's dir so? Ach. Frank, besser nicht. Ich bin froh, dass ich jetzt im Stream bin. Und. Ja, ich höre zu. Ja, hallo. Wer ist da? Ich werde nachher fix und fertig sein. Ich bin eigentlich jetzt auch schon fix und fertig. Aber ich genieße den Stream trotzdem erstmal sehr. Ja, richtig mit Zaun. Ja, genau. Mag ich sehr, sehr doll. Ich muss nach Hause neue Pinguine drucken. Druck. Druck. Jetzt muss ich mir doch mal ein bisschen mehr Mühe geben hier. So viel sind's eigentlich gar nicht, ne? Das Jungfrauneis würde ich auch mal wegmachen. Na ja. Werde schon merken, welche Größe es sind. Werde schon nicht. Oder immer mal wieder nachgucken. Wie ist das Spiel so? Sehr, sehr toll. Ich hab das, als es rauskam, gesuchtet wie sonst was. Und bin sehr, sehr happy, dass jetzt ein Update gab. Und da schauen wir jetzt sehr gerne rein. Und Jaden sagt, dieser Shop ist wirklich schön. Finde ich auch. Aber ich sollte noch zwei Pilze dazu tun. Ups. Und Adam schreibt nichts dazu. Das ist auch völlig okay. Ist in Ordnung. Also ja, ich lieb das Spiel sehr, sehr doll. Ja. Also nicht mehr gelistet. Hallo, Sascha. Einen wundervollen, cuten. Abendchen, dass du wieder vorbeischaust. Wir schicken mal die Bestellung ab. Und ich glaube, einen Sticker können wir noch. Nein. Nicht genug Zeit. Na gut. Na gut. Äh, der hier ist nicht mehr. Der dürfte nicht mehr. Der ist nicht mehr. Ja. Und ich glaube, der ist nicht mehr. Ich glaube, der war nicht mehr. Irgendwie sowas. Dann kann ich ja jetzt noch ein paar drucken. Also ja, ich freue mich sehr, dass hier neuer Content geschaffen wurde. Auch wenn ich ein bisschen traurig bin, dass meine 100% weg sind. Aber die holen wir uns einfach wieder. Geht noch einmal drucken? Ja, einmal geht noch. Auch. Schön. Warum löscht du so viele Stickerbögen? Äh, ich habe die aus meinem Shop jetzt rausgenommen, weil ich halt neue machen möchte. Und ich habe halt jetzt so viele, dass ihr die schon gar nicht mehr bestellen könnt. Und das ist doof. Deswegen habe ich ein bisschen aussortiert. Da, ihr könnt jetzt nämlich bestellen. Mit Ausrufezeichen Order und den Zahlen, die ihr haben möchtet. Guck, jetzt sieht man wenigstens erstmal wieder alle. Und ich kann noch vier neue machen. Das war das, was ich wollte. Und ihr könnt insgesamt nicht mehr als 19 Münzen ausgeben. Also ihr könntet die Nummer 11, die 34 und die 39 zusammen bestellen. Hast du das Limit erreicht sozusagen? Ne, das Limit ist sehr, sehr hoch. Also man kann unendlich, fast unendlich viele, ich glaube 150 Sticker oder sowas kann man in den Shop stellen. Aber ihr seht nur die, die hier angezeigt werden können. Also ich kann hier nicht scrollen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, also 18 könnt ihr, ähm, könnt ihr spätestens, ne, maximal sehen. Und es ist ein bisschen witzlos, wenn ich Sticker mache, die ihr nicht bestellen könnt für dich. Außerdem wird es nicht so schnell langweilig. Äh, hab nämlich noch etwas Gutaben übrig und weiß nicht, was ich mir holen soll. Uh, das sieht richtig süß aus. Vielleicht hole ich mir das ganz, ganz große Empfehlung auf jeden Fall. Ich liebe es so sehr. Dankeschön, Sascha und Jess, für eure Bestellungen. Boah, heute ist der ja schon aber beliebt hier. Na, wollen wir mal? Äh, wollen wir mal loslegen. Äh, genau. Und ich hab jetzt ein paar gelöscht, weil wir hatten die erstellt, um... Wie muss ich drücken? Ähm, um bestimmte Kunden quasi an Land zu ziehen, könnte man sagen. Und die fand ich alle jetzt nicht so toll. Man musste halt irgendwas, der eine mochte Dinos, der andere Rennwagen, so, dann musste man die halt so erstellen. Wäre jetzt aber keine Sticker gewesen, die ich von mir aus erstellt hätte. Deswegen... Ja, die hab ich jetzt zum Beispiel auch erstmal rausgelöscht. Hab ich jetzt aus Versehen die Whole Song Gang? Nee, da ist die Whole Song Gang. Okay, ich dachte grad schon.